Ach Mensch, wenn du entspannt aus dem Gästezimmer. Mensch, hier ist was los. Ich guck doch nur Mittagsschlaf machen. So, meine Lieben, 17.10 Uhr. Wir ziehen uns jetzt langsam an. Und dann ist Weihnachten. Guck mal, sogar der Chico ist hübsch. Guck mal, zeig mir deine Krawatte. Guck mal, ja, ne, 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 ne Fliege hat er an, ne Fliege. Leute, ich wünsche euch auch ein richtig frohes Weihnachtsfest. Ich zieh mir jetzt was Schickeres an und dann trinke ich mir ein bisschen was. Dann essen wir schön, gell Chico? Und Freunde, das ist der Moment, an dem ihr euch Zeit nehmen solltet für eure Liebsten, zur Ruhe kommen solltet, abschalten. Heute spielt nichts eine Rolle. Heute spielt nichts eine Rolle außer die Liebe. Daisy, komm her, Daisy, komm her, Daisy, Daisy, komm, kuschel, Daisy. Ach Mann, guck dir das an. Tiere sind einfach, weißt du, Tiere sind immer treu, Tiere sind immer lieb. Oh, so schön wird das ja immer gemacht bei Schwiegereltern mit Karte. Ich verstehe nur Bahnhof, aber ich freue mich drauf. Guck mal hier, ist das herrlich, oder? Also teilweise denke ich, ich bin wieder bei Raumschiff Enterprise oder was. Mrs. Spock, auch noch nie gesehen, krass. Frau hat gesagt, in meinen Haaren, es ist nichts anderes mehr, ich kenne diese Tage. Guck mal, die alle aussehen. Guck mal die Frau an. Hey! Wow, hey. Frau Spock, die echte. Klasse. Auch nicht fehlen darf. Ey, Raffi! Don't call you in your room. Guck mal, da ist er. Buongiorno. Buongiorno. Du hast doch ein Heft angezogen. Klasse. Auf Liger geht er. Heute nochmal auf Liger. Aber du siehst richtig gut aus. Schein Spocken heute. Ja, das ist so. Ja. 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 Das gab von diesem Hund hier, von der Daisy, die war fast tot, die war fast gestorben. Und die Leute haben dann geholfen bei Instagram. Und sie hat es geschafft, gell? Und sie lebt. Ja, und wir haben fast gestorben. Und da wurden sie jetzt eine Foto machen. Einfach toll. Guck mal, gell? Mein kleines Kind. Und sie sagt euch auch Danke, gell? Gell? Für das frische Blut, gell? Du wolltest es nicht. Danke euch. Das war wirklich toll. Ach, bei uns ist ein Gang nach dem anderen. Es ist so schön. Nachher ist Bescherung. Ah, ist so schön. Die stehen am Baum und gucken. Verlinkt mich ruhig, wenn ihr irgendwelche Knossi-Sachen heute unter dem Baum habt. Ich freue mich total. Ich gucke mir alles gerne an zwischendurch. Ich nehme mein Handy mit auf Klo. Dann gucke ich. Verlinkt mich. Guckt euch die Gams an. Das ist crazy. Oh, die ist original. Wie bei Christmas Vacation, weißt du? Und dann explodiert sie, erinnert ihr euch? Oh, das ist Wahnsinn, oder? Die ist krass, gell? Das ist krass. Der Ofener nach versaut. Oh, geil. Wo ist die reinschneiden? Klasse. Ja. Und rein. Zack. Bats, Bats, Bats. Jawohl. Und rein da. Hammer. Und zwar wackeln die beide. Aber der wackelt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Look at that. Shh. Hup, 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 hup. Sorry. Ah, no, for the first time of my life. Oh, nee. I don't think I didn't do it yet. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Also die Musik hängt bis heute Abend nicht, aber ich hoffe, wir haben ein schönes Abend, oder? Super, toll, toll, toll. Es beginnt nach jedenfalls weg mit dem Schirm. Furchtbar, gell? Furchtbar, schick. Furchtbar. Oh, hier wird gesungen, ey. Alle singen. Oh, hier wird aber nicht geschnuppert hier. Komm schnell. Komm schnell. Komm schnell. Komm schnell, Chico. Komm schnell. Komm schnell. Wird hier aber nicht geschnuppert, oder was? Die besten Weihnachtsgeschenke gibt es natürlich immer von mir. Im Sommer werde ich nur noch diese Badehose tragen, oder? Offenlich. Super glücklich. Die Knossi-Alge-Badeshorts. Holst sie euch. Das lohnt sich. Weißt du, wie ich mich freue über deine Geschenke? Zurück in die Zukunft. Quiz-Schlüsselanhänger und Oldschool-DVD. Also erstmal Trilogie anschauen, danach das Quiz durchfragen und dann auch der Schlüsselanhänger auf dem passenden Auto. Also das ist doch klasse. Probier an jetzt, bitte. Okay, komm. Vielleicht hast du einen restlichen Abend. Heute ist wieder der Friseur am Start. Bei der Frau auch. Ja, wunderbar. Vincenzo. Und einer der Kollegen muss natürlich jetzt, der muss sich schon wieder vorbereiten. Ey, Schalke muss vorne dabei sein. Ja, ja, ist ja klar, ne? Ist ja klar. Mülli. So, Freunde, wird nicht ganz weit. Kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe meinem Sohn gesagt, das ist ein echter Fußballer, ein echter Torwart. Jetzt hat er ihn in der Hand genommen, im Kinderzimmer. Jetzt muss er mit ins Haus Mülli mit meinem Sohn spielen. Tschüss, Guteichter. Da haben sich jetzt zwei beste Freunde. Bubi. Bubi. Hey, ist es dein Freund? Ja. Ist es ein echter Torwart, gell? Ist es ein guter Torwart? Der Beste, gell? Leute, schreiben schon. Was macht unser Torwart bei dir? Bring ihm musikalische Kunststücke bei. Das ist der Trainer von meinem Sohn jetzt. Schlagzeugtrainer. Kann er auch. So, wir bereiten gerade hier heute vor Weihnachtsfest. Jeder kriegt eine Willenskraft wie Wolftasse. Eine Supertalent. Unique-Moderationskarte. Und natürlich auch Schokoladchen und sowas. Und kleine Fläschchen aus dem Alga-Adventskalender. Also das ist doch toll. So, letzte Gartenvorbereitungen. Alle Figuren stehen perfekt für die Gäste heute Abend. Und ich habe mit Bubi noch was ganz Besonderes gemacht. Weil ihr wisst ja, die Vögel. Ja, erstmal hat er noch einen Piratenschatz vergraben. Also, dass er ihn auch wiederfindet. Ach, wir haben heute eine Vogelstation installiert. Und die Palme noch ein bisschen umfunktioniert. Weil die Vögel haben im Winter Hunger. Dann könnt ihr kommen. Ihr seid jetzt recht herzlich eingeladen. So sieht es aus bei uns. Richtig nice, oder? So, und dann gibt es natürlich noch Willenskraft wie Wolf Hoodies. Willenskraft wie Wolf T-Shirts. Knossi in the Wild Shirts. Also es ist für alles gesorgt, ihr Freunde. Das wird heute ein Fest. Wenn ihr euch etwas gönnen wollt. Wenn ihr sagt, Alter, das ist mein Slogan. Willenskraft wie Wolf. Hier ist der Link. Gönnt euch. Kinder drehen wieder durch. Aber schön, dass die ganze Familie da ist. Schön, dass ihr da seid. Merry Christmas. Merry Christmas. Klasse. Getränke sind ready. Und wir haben heute draus. Wir machen die Happy Slice Night. Ich werde Pizzen backen. Hier wird gebacken in der Weihnachtsbäckerei. Das sage ich euch. Die Familie ist super. Und ich zeige euch, Vorspeise ist bei uns erst mal ein gemütliches Pizzabrot. Ich zeige euch heute unsere Gänge. Also es wird krass. Wir machen alle Pizzen, gell Schatzel? Geil. Frohe Merry X mit. No disrespect an alle unsere Restaurants. Aber meine Frau ist die beste Happy Slice-Bäckerin. Was wird das für eine? Weiß ich noch nicht. Das hier? Ja, deine. Hollandaise. Das hier? Trüffel. Okay, ich würde sagen, das ist... Ne. Da machen wir eine Magic Mister für Ali. Eine schöne Schafe. Ja, okay. Meine Frau macht das einfach. Schatze, ich liebe dich. Ich wollte dir das sagen. In der Weihnachtszeit wird es mir immer wieder bewusst. Kuss. Los geht's mit einer schönen Happy Slice-Trüffel. The Truffle Dream. Geil. Perfekt ist das. Also es ist ja perfekter. Also wirklich, das ist ja super. Der Onkel muss es machen. Und wie sprichst du? Das ist normal. Hä? Meiner macht wieder den Kohlen. Ist ja mir egal. Der gibt auch zu, wenn er gebissen hat. Hast du alles reitest? Ja, ich war's doch da. Ist ihm egal. Also Mutter. Roboterspinne. Roboterschlange. Das ist ja nicht normal, Bubi. Das ist ja nicht normal. Oh, was ist das? Oh. Hast du dir das gewünscht? Oh, guck dir das als Geiles aus. Gibt's schon Spielzeug von dem Kinofilm, bei dem ich synchron gesprochen hab? Mutant Manem. Und wie schmeckt euch die Pizza? Super. Sehr gut. Ich geh hier rum, super, klasse. Und dann heißt es, okay, mach noch eine, mach noch eine. Ich verteile und mache und tue. Geil. Für jeden war's dabei. Das war an hier, herrlich. Mit allen Dips, mit allem Zippen-Zapp. Bei uns ist es immer Wichteln. Jeder kriegt immer einen. Was? Zeig mal, Mutter. Zeig mal. Mein lieber Mann, du. Das ist der... Der ist der bequemste... BH, den es gibt. Ein Lappen. Geil. Was heißt der Lappen? Super. Ich brauch keinen mit Rad drinnen. Bequem muss er sein. Aber deine Tochter weiß, was du brauchst. Geil, 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 geil. Guck mal, die Frauen mit dem Ding in der Hand. Ja. So, Kinder weg. Kinder weg. Achtung, Kinder weg. Weg. Und los. Das ist ja sehr lieb. Ey, ey, ey. Mensch. Dass mir das Auktionshaus aus England bei 25.000 Pfund so eine tolle Pralinenküste schickt. Gebühren waren toll. Ich bin als Kunde willkommen. Ali. Komm. What you want. Einmal durch. Hier. Ich weiß nicht, was es ist. Aus England. Aus dem Königshaus. Ja. Komm. Englisch. Tea time. Ja. Ich bin dafür jetzt ihren Tanzfrau. Den haben sie selber einstudiert. I wanna wish you. Ja. Und alle. From the bottom. Also, das hier ist einfach... Das ist nicht normal mehr. Was sind das für Spieser? Das ist doch krank. Das ist doch nicht normal. Ab bitte. Jungs und Mädels. Mensch. Ja, Papa, komm. Ja. Ja, klar. Okay, jetzt wird es immer schlimmer. Ich sitze gerade im Bogen. Das ist ja wirklich... Mein lieber Mann. Ist das widerlich. Also krass. Ja, ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Was? Die Kajöte. Ja.